Das ist die letzte Siedlungsmission. Ähm. What? Äh. Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Gemälde? Lebt Achilles noch oder ist er mittlerweile von uns gegangen? Warte mal, lasst mich mal ganz kurz in den... Ne, war ja richtig. 100%? Hier haben wir nur 87. Klar. Nebenmissionen, Clubs. Genau das meine ich. Entdeckte Bürgermission. Maritime Mission, Freibeuteaufträge. Wo kriege ich die her? Es waren ja keine mehr auf der Karte. Wartet mal, wir gehen mal... Das wird wahrscheinlich die letzte Mission sein vom Doc. Okay, bevor wir das machen, ne, brauche ich eine ganz kurze, kleine Pause. Das werde ich im... Ja, in einem Abwasch machen. Aber ganz kurze, kleine Pause, kleiner Schnitt für euch und dann gehen wir dem an. Äh, oder gehen wir dem nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Genau, äh, ich will ihm nämlich weiterhelfen. Ich selber brauchte eine kurze Pause, weil ich Hunger hatte ohne Ende. Und ich musste echt was dagegen tun. Wartezeit. Diana, ich habe gar nicht genug Zeit, um mich um alle zu kümmern. Ich brauche Hilfe, egal von wem. Ich glaube, ich kenne da jemanden. Hm? Diana zu Dr. White bringen. Achso, nee. Wer ist Diana? Was ist denn hier los? Ach, Diana ist doch die, die Achilles. Oder? Wer bist du denn? Diana, komm mit mir. Ich brauche dich. Natürlich. Worum geht es denn? Dr. White ist überlastet und braucht etwas Hilfe. Ich bin kein Arzt, Connor. Vielleicht nicht. Aber ich sah, wie du Menschen gepflegt hast. Du wirst ein Händchen dafür. Okay. Diana, perfekt. Das heißt, du hast heilende Hände. Bitte hilf diesem Mann. Connor, kannst du den zwei Gentlemen vorn helfen? Was? Äh, na klar. Was muss ich tun? Spritze pieksen. Danke, Captain. Danke für die Hilfe. Das wird schon wieder. Habe ich denen einfach die Hand aufgelegt und alles ist wieder gut? Ich mache vier, während die anderen beiden einen machen. Vielen Dank, Captain. Was hat der da gerade gemacht? Würde ich das eigentlich wissen? Oh Gott, warte mal. Die Zeit. Na, dann bin ich ja froh. Genau das Gleiche. Der Splitter rausgeholt? Oder was pult er da rum? Auch. Ich habe ein Schrapnell in der Schulter. Pech gehabt. Vielen Dank, Captain. Ja, gerne. Oh Mann, ey. Okay. Er steht da wie das fünfte Rad am Wagen. Was ist hier überhaupt passiert? Ist irgendwas explodiert oder wird? Hochwertigere Medizin herstellen. Hm, das gibt Kohle. Neue Belohnungen im Herrenhaus freieschalten. So. Volle Synchronisation. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was diese eine Quest jetzt bewirkt hat. Wir waren bei 87 Prozent, ne? Guckt euch das mal an. Ach, Liss, letzte Ruhestelle. Was? Was ist das? Das heißt, das geht hier wirklich noch weiter? Hast du richtig verstanden? Tatsache. Oh nein. Ich gehe mal kurz mit denen schnacken. Hat jetzt Juno dafür gesorgt, dass ich trotz meines Ablebens weiter in Connor existiere? Ist das der Grund, warum wir spielen können? Wie? Hallo, Connor. Diana und ich haben uns gerade die Instrumente und Einrichtung angesehen. Die wurden in letzter Zeit stark beansprucht. Sie ist wirklich süß. Sie ist wirklich süß. Ähm. Ich werde auch dem Ausrufezeichen noch nachgehen. Definitiv. Aber wir werden jetzt erst mal Achilles die letzte Ehre erweisen. Oh Gott, ich mag gar nicht dran denken. Alter, Trampeltiere auf dem Flur. Oh Gott. Oh Gott. Die letzte Ruhestätte herrichten. Ne, er würde wahrscheinlich daneben seine Frau und seinem Sohn. Bei nächtigen sich hinlegen. Ähm. Ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Jetzt ist das Haus weg. Huch! Da ist es. Ich habe aber irgendwie versucht rauszufinden, welcher Baum das ist, wo die beiden begraben liegen. Soll das der Baum sein? Oder da unten? Da unten sind die beiden Gräber. Denke ich mal, oder? Ne. Ich habe keine Ahnung. Der Winkel verließ nicht viele Möglichkeiten. Oder es war die Rückseite, die gezeigt wurde. Aber ist auch egal. Du alter Mann. Oh Gott. 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 in oh gott steht ja auch noch bevor fällt mir gerade ein begegnen und mühle er stirbt einfach so das kann er doch nicht machen was ist los achilles ist gestorben das tut mir leid er ist friedlich und würdevoll entschlafen ein gottesdienst ja bitte bereitet was angemessenes vor ich lasse das grab ausheben rufst du alle zusammen wenn du diesen brief liest habe ich mich nicht wie geplant verabschiedet aber es war nie der rechte zeitpunkt ich werde nun dir das land und seine schätze vererben ich weiß dass du die bedeutung dieses ortes inzwischen verstanden hast eine gemeinschaft die als beispiel dafür dienen soll was aus dieser neuen nation werden kann doch je größer und stärker sie sein wird desto zerbrechlicher und schwerer zu verteidigen wird sie sein ich hoffe deine freunde die dieses junge land formen verstehen dies gut durch deine beharrlichkeit und ehrlichkeit hast du dir eine verantwortung aufgeladen die kein einzelner mann tragen sollte doch du kannst es vielleicht du gabst einem alten mann hoffnung dass nicht alles verloren ist und dafür danke ich dir ich bitte dich meine gebeine auf dem hügel mit blick aufs wasser beizusetzen es gibt keinen ort auf dieser welt an dem ich lieber wäre ich bin dankbar dich zu kennen und weiß du fühlst das land und seine bewohner in eine bessere zukunft hoffnung denn teure predigt und gebete werden hier nicht angemessen achilles war kein mann gottes jedenfalls nicht meines gottes aber sicher glaubte er an eine leitende kracht und hat Frieden gefunden und dafür sind wir dankbar. Wir leben ihn hier zur Ruhe, hier oben, wo er sein ehren- und würdevolles Leben geführt hat, damit er dieses Dasein fortsetzen kann, als alter Mann auf dem Hügel, woran wir uns alle so sehr gewöhnt haben. Ihr alle hattet ein eigenes Verhältnis zu ihm, eigene Momente. Und ich bitte euch, hierher zu kommen, wenn die Zeit für euch reif ist, um mit den Wellen und Bäumen die Geschichten zu teilen. Achilles, du wirst vermisst, doch niemals vergessen. Geh in Frieden, alter Mann. Möge deine Seele für immer Ruhe finden. Du wirst stolz auf dich sein, alter Mann. Hm, schade. Ich habe mich nie von dir verabschiedet. Ich war nicht bereit. Aber hier bin ich. Die Last meiner Verantwortung nimmt nie ab. Immer gibt es etwas Neues, um das man kämpfen muss. Du hast mich nie davor gewarnt. Vielleicht, weil du dachtest, das könnte mich abschrecken. Das wäre nie passiert. Aber ich weiß, du warst es nicht gewohnt, dich zu irren. Das Leben hier geht weiter. Die Menschen scheinen glücklich. Jedenfalls sind sie sicher. Vorerst. Einer aus der Bruderschaft fragte mich etwas, das mir keine Ruhe lässt. Was passiert, falls, wenn wir siegen? Wenn wir die Templer aufhalten? Eine Frage, auf die ich jedenfalls keine Antwort weiß. Aber wusstest du eine? Du fehlst mir. Meine Mutter fehlt mir. Ich hoffe, dir geht es gut, wo immer du bist. Auf Wiedersehen, alter Mann. Bis meine Zeit gekommen ist, mich dir anzuschließen. Dann werde ich dich wieder plagen. So viel Trauer. Ach, Mensch, ey. Das geht noch weiter? Was kommt denn jetzt noch? Was ist das da? Bestimmt die Memoiren. Conner sollte sich auch langsamer Gedanken machen. Natürlich einer Frau. Ach, das Bild. Stimmt. Ja, natürlich. Er hat es nie selbst aufgehängt, aber ich denke mal, da ist seine Frau und sein Sohn drauf zu sehen. Oder? Alle drei? Alle drei. Ach Gott, wie süß. Schön. Jetzt habe ich da den Punkt, okay. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach unten. Ich schaue mal nach den Monturen. Nur einen richtigen Kloß im Hals. Ach Gott, ey. Was haben wir dann bekommen? Ey, vor allem, was habe ich hier verpasst am Anfang? Das kann man, wartet mal. Wie viel sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles spezial. Das ist eher selber, ne? Hier, ähm. Achilles, Original-Montur. Ja, genau. Oh. Ach so. Oh, okay. Ich bin gar nicht aufgefallen. Mit Kölns andenken. Let's Lee. Let's him. Ähm. Okay. Krass. Hier zum Beispiel fehlen ja auch noch Waffen. Guckt euch mal die... Also ich weiß nicht, ob alle voll werden können, aber ich glaube schon. Da muss ich aber auch noch vieles craften. Puh. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal... Erstmal zu Father Timmit. Ne, müssen wir halt laufen. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz da unten in diese Ecke vom Grenzland, wo ich dieses Zeichen gesehen habe. Ich hoffe nicht, dass die alle so mies versteckt sind, diese... Ähm. Nebenmission. Nenne ich sie mal. Zumal die nicht eingezeichnet sind. Das ärgert mich irgendwie. Aber das sind wahrscheinlich die letzten beiden Club-Actions, die fehlen. Oder vielleicht auch nur eine von beiden. Dann ist die Frage, wo ist die andere? Und dann ist eigentlich nur noch die Geschichte mit Washington. Aber da ich ja jetzt die Story mehr oder weniger zum Teil nochmal durchspiele, also auf 100% bringe, werde ich immer dann schauen, wenn ich mit Washington irgendwie Kontakt habe, dass ich vielleicht ihn nochmal anquatsche. Ähm. Wie gesagt, leider sind ja schon ein paar Dialoge verloren gegangen. Sonst hätte ich gesagt, zeichne ich das alles noch mit auf. Aber das wird, glaube ich, zu mächtig. Ganz zu schweigen, dass jetzt drei DICs kommen und dann nachher noch, äh, Aberration, das wird eine, glaube ich, der größten, überhaupt, Aufnahmen von Assassin's Creed. Guten Tag, Connor. Ist alles in Ordnung? Ich werde ihn ehren, bei Zeiten. Ich hoffe nur, was ich tue, ist genug. Wenn jemand einem Mann wie Achilles die Ehre erweisen kann, dann du, Connor. Gefällt dir deine Kirche? Sie ist alles, was ich mir je erträumt habe. Die Menschen hier arbeiten hart und schätzen meine Dienste sehr. Sie bringen sich mehr ein, als sonst irgendwo. Ich verstehe, dass unserer nicht dein Gott ist. Doch die Gemeinde ist stark, wenn wir uns hier versammeln. Das solltest du dir ansehen. Ich werde demnächst mal vorbeischauen. Hm. Warte, lass mich raus, bevor du... Oh, du bist aber gemein. Danke. Darf ich da mal ran? Gott, was ist denn hier los? Was steht denn da drin? Ihr Haus ist abgebrannt. Nein. Wie geht es der Familie? Sie haben überlebt, aber all ihr Besitz ist verloren. Oh, die Armen. Das Haus und die Scheune und den Wagen hat das Feuer geschickt. Wir müssen ihnen helfen. Wir werden Spenden sammeln, Corinne. Oh, okay. Komm mal vorbei. Hallo? Hallo? Lass es dir gut gehen. Das heißt, man kriegt zu nebenbei auch noch so... Das ist ganz schön gemein, muss ich mal sagen. So, Lenz und... Ich will dann hier unten mit mir schnacken. Eigentlich sind da die Witzleute zu Hause, die jetzt hinter mir sind. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ist genauso, wo kriege ich die maritimen Mission her? Ich meine, ich hätte jetzt mal gucken können am Hafen. Das habe ich jetzt irgendwie total verpennt. Und mir fällt gerade noch was ein. Ja, küsst es sauber. Okay. Bruselfährt. Sein leuchtend weißen Ogen. Ich laufe mir in den Scheiß zusammen. Da drinne. Okay, gehen wir halt rein. Das war das Nies. Guten Tag, die Herren. Eines Tages, Doc. Eines Tages findest du auch eine. Sie kommt einfach ins Dorf und ändert dein Leben. Ich sage es dir. Ich habe ein Gespür dafür. Vielleicht, vielleicht. Ahoi, Corner. Sie uns an. Drei Junggesellen warten auf die Liebe. Oder ein Drink. Was auch immer zuerst kommt. Der Drink gewinnt. Die Frauen werden Schlange stehen, Doc. Ich sage es dir. Die Frauen lieben Heiler. Nur ich bin verdammt. Wer will einen Tischler heiraten? Wer? Niemand. So sieht es aus. Unsinn. Du brachtest Amerika den Klappstuhl. Du bist ein Pionier. Ein Geschäftsmann. Frauen lieben Männer mit Visionen. Was es mit dir komme? Wie kommt es, dass ein Mann wie du keine Frau hat? Ja. Ich wäre kein guter Ehemann. Ich habe nicht genug Zeit. Eines Tages vielleicht. Da müssen wir eigentlich mal für sorgen. Ernsthaft. Noch ein interaktives Gespräch hier? Nee, ne? Okay, passt auf. Wir gehen jetzt mal ins Grenzland. Mich juckt das schon der Finger, was das hier unten ist. Gott, da müssen wir ja ein ganzes Ende laufen, ne? Aber ist egal. Ich hoffe, da steht ein Pferd parat. Das ist irgendwie traurig, ne? Achilles ist weg. Sein Volk ist ausgewandert. Ich weiß nicht. Der Mann hat Pech. Ja, ja. Ich weiß. Wieso habe ich denn hier so viele Ausrufezeichen? Der schickt mich nach New York. Und der hier? Hä? Okay.